Samson? Yes! Was machen wir da? Wir haben einen Shooting Day für New Arrivals. Wir sind hier beim Vierwaldstädtensee. Eine wunderschöne Aussicht. Jetzt machen wir die letzten paar Takes. Dann gehen wir noch in den Wald. Dann machen wir noch ein paar Aufnahmen. Und runter und in die Höhe. Wir waren den ganzen Tag am Shooten. In einem wunderschönen Airbnb. Wie gesagt, haben wir eine wunderschöne Sicht. Es war ein toller Tag mit Ivan und Sam. Wir konnten filmen. Es hat gerockt. Wir wollen unsere Verstehung. Wir haben ihn als Gehreie. Wir werden alle auf die Mitmacht und die Zalbein geliefert.